hi leute hallo ich bin kathy und ich bin tobias und wir wollten euch mit dem video ganz herzlich zum nächsten sommerretreat einladen und wir sind gerade noch auf kohpangan der insel in thailand und hier hatten wir im februar auch zwei rohkostretreats und jetzt haben wir eben den nächsten retreat organisiert im sommer genau und das datum ist eben der 22 juli bis zum 30 juli also sind neun tage und der ort wird ja ein schönes ferienhaus sein oder bauernhaus wo wir auf jeden fall unter uns sind wo wir zur ruhe kommen können der in der natur ist genau jetzt zu ordnen jeden fall viel raum und zeit für die eigenen prozesse die dann ausgelöst werden oder stattfinden können einfach genau ja und es richtet sich eben von den leuten her einfach wirklich an leute die selbstverantwortung übernehmen wollen die wirklich ihr leben ändern möchten und eben nachhaltig ihren alltag auch wirklich verändern möchten und die dinge wirklich leben möchten sie bei dem retreat ist eben raum und zeit dafür geschaffen um gewisse prozesse zu machen um sich gewisse dinge anzugewöhnen auf die wir gleich noch eingehen und ja eben auch tiefgreifende prozesse genau also wir werden da zweimal am tag so runden haben wo die ja wo jeder so schildern kann wo er gerade steht und das einfach raum hat was da hochkommt durch das sein miteinander und mit sich selber sein genau und diese prozesse sind halt herzlich willkommen so dass du wirklich da so sein kannst wie du bist ja und inhaltlich ist eben so wir haben drei wörter meditation ankommen und reinigung gewählt und ja meditation eben den alltag zur meditation hinzulassen dass man wirklich dann die techniken die man lernt achtsamkeitsübungen die wir dann machen werden oder geben meditation sitz meditation ähnliche sachen dass man die dann wirklich in den alltag integriert und ja den alltag zur meditation zur achtsamkeitsübung werden lässt genau und der punkt ankommen beim ankommen geht es halt darum dass wir wirklich durch die meditation und durch das durch die vielen pausen die wir auch machen wollen dass du wirklich im hier und jetzt ankommen kannst also bei dir mit dem was da gerade ist und dass du ja im jetzt bist und jetzt heißt dass es keine zukunft gibt und keine vergangenheit und dass es wirklich darum geht zu sein egal was dann da gerade ist und die gedanken zum beispiel zu beobachten und was auch immer da ist willkommen zu heißen ja und als letzten punkt zu die reinigung ist eben auch das was wir auf die ernährung vor allem auch beziehen dass man durch die ernährung also begleitend wird mit hoher pflanzlicher kost die ganzen prozesse und dadurch können sich eben körperlich auch diese emotionalen blockaden oder seelische blockaden lösen und dadurch findet eben diese reinigung auch auf allen ebenen stadt und die ernährung begleitet ist dann und unterstützt die ganzen prozesse einfach dass sie auch wirklich auftauchen können wir werden ganz lecker versorgt werden mit vielen schönen rohköstlichkeiten und das wird einfach sehr sinnlich auch werden so mit den ganzen genüssen die wir für euch dann zur verfügung stellen und ich will noch mal kurz so einfach dass ihr so einen besseren eindruck bekommt wie so ein tagesablauf dann wieder so sein wird das ist jetzt nur ja also es wird morgens losgehen mit meditation und körperübungen und die werden in der zeit werden wir viel stille praktizieren also dass wir da noch nicht miteinander sprechen außer die person die das anleitet dann gibt's frühstück und dann gibt's den die morgenrunde wo halt wir zusammenkommen um einfach ja mit dem zu sein was gerade ist jeder kann schildern wo er gerade steht oder wo sie steht und dann gehen wir einfach darauf ein und wenn jemand unterstützung braucht dann werden das die runden sein wo halt die prozesse stattfinden können danach gibt es dann wieder pausen also es gibt immer wieder lange pausen zwischendurch weil es auch ganz wichtig ist um mit dir zu sein und die natur zu genießen vielleicht mein gespräch mit jemanden zu führen und wo du gemerkt hast der hat dasselbe thema wie ich und dann gibt es natürlich ein leckeres mittagessen und danach wird es dann ein wechselndes programm geben also entweder ein vortrag zu einem thema was aufgetaucht ist oder wir werden körperarbeit machen oder eine wanderung durch die natur also das wird dann so der nachmittag wird dann immer unterschiedlich sein und abends gibt es dann wieder eine runde wieder für den austausch um einfach immer alles was gerade passiert raus kommen lassen zu lassen und dass das ist immer so immer moment sein kannst du nicht hängen bleibst bei irgendwas so und genau dann gibt es natürlich auch abendessen und wie du dir deine abende gestaltest ist es dir selbst überlassen wir empfehlen auf jeden fall die zeit sehr ruhig zu verbringen und mit dir zu sein und ja die zeit für dich zu nutzen ja auf jeden fall genau also noch mal 22 bis 30 der juli der ort wird bekannt gegeben soweit wir den gefunden haben und ja das war es eigentlich soweit von uns und dann freuen wir uns auf euch genau genau wenn du interesse hast schick uns einfach eine mail die infos dazu zu einem findest auch noch mal in der infobox und dann stell uns gerne deine fragen auch in den kommentaren oder so genau ja ansonsten macht es gut ja alles alles liebe